Angela Merkel hätte zum Ende ihrer Amtszeit noch zu einer echten Klimakanzlerin werden können. Mit dem Klimaschutzpaket, das den Namen nicht verdient, aber sie hat sich dagegen entschieden. Dieses Paket ist mutlos, kraftlos und visionslos. Diese Bundesregierung 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 ist mutlos, kraftlos und visionslos. Mutlos, mutlos, kraftlos und visionslos. Diese Bundesregierung ist mutlos, kraftlos und visionslos. Angela Merkel hätte zum Ende ihrer Amtszeit noch zu einer echten Klimakanzlerin werden können. Aber sie hat sich dagegen entschieden. Untertitelung des ZDF, 2020